Nachschuldiges, ich bin Fatima. Ich bin in Bad Hersfeld, ich bin hier in meinem Mann und meine Mutter ist in der Mannheim. Ich bin für meine Menschen und Mitglied an die Verbande. Ich bin für die Handbache, ich bin für die Sendung, ich bin für meine Brüder, ich bin für meine Brüder und ich bin für meine Brüder. Ich bin für jede Beine, ich bin für meine Brüder, ich bin zu Ihnen für meine Brüder. Carlo Jan Velkov hins trin des de trin Bärschpures. Juppis Romy Dines und Lässisi Digno Chavo. Lässko Chavo hie efter Bärschpuro. Lässki Romni und Chavo jäi an Pralko Gareben bei Bale an Lengro Tem Bulgarien und Penan gai Junkoi Achena um Bodegar Balevena. Vili Vioren Paun hins dui des de du Bärschpures. Juppis o einzigst du ternepen. Ifer Banta ha kreis per leskodat un leskri dai. Leskodat penas menge gai leskro Chavo goxalo gai Garedeis digas un karas paschikli stende an. Jupp ulreis per leskro le paskro goxales ball. An Kesselstatt achas goxalo paschichischa badades. Gote digais jo bless un dasas nena telegarie. Palko Gareben hins nena i terni romni baschel. Joi karas mercedes kirpatsch. Juhis trin deshte bansch bärsch pures. La he sieg Chavo jupi deshte efter bärsch. Un la kredigne Czai hi trin bärsch pures. Jek tives Balkova hi su bubi an Hanau un chivas Blume basch gukert dele gai vajanni mensche telegaridines. Doi guke Balko Gareben hins an Hanau i tives fer gole gai vajanni telegaridines. Mer ut zentralrat un i pralzt du nechale tran Berlin und Wiesbaden hins nena goi. De la jek tives an o bärsch heu fe maare mensche un dina füü i cifihi hi gai vajanni maremen an o ciltu ziru. Gote kramir pei i chale an buddheta foria i gedenk feira kettnes. U bistev datu januar hi godives. Ab godives fei an i rustigi lourde ball Auschwitz. Vor godives hi su bubi an Wiesbaden an o pralztu nukea un nena an Frankfurt. An Frankfurt war hi a s zickemen hamare mensche goti ci van. U mano hiis an Kölbe baschmarburg un ra kreis goti. Abo och datu märz godives kei mare mensche kreik anles vajan. Hins an Wiesbaden baschmaru bach fe maare mule u pralztu nu Moskru mende. Unu bubi un ra krankoti. Fe maare mule basch ras usani un do aron. Anu märz bischte bisch valz nena an Darmstadt, an Gießen, an Marburg, an Fulda un nena an u pralztu nukea an Wiesbaden i dives femare mule. Hoi anu ciltu ci van un kreik anles vajan. Gova un inna buod warva divesa valz ha lauta trang corona telependes. Trang gova bereis minge trenn ga i verbanda klambut bärscha pe maare pure praleng ru djipen anu ciltu ci rurakran un gova himmen ha lauta ab kamara prelines. Menni klaren, dit sigras hako deshde ban sto shon, jek filma pralmare pure mensei ab marie homepage. Malz shuka, dit ik gans ab marie rigmoll trenn un penanskova nena dure da. Abo bischte in jato september, hi sumano un leskiromni i traubela, baschi dives fo i ciffe an Darmstadt, gai lengre mensei vajan krik andes. I verbanda hi abgo bers nena an Facebook. Menni klaren, dit sigras hako deshde ban dure da. I verbanda klaren, dit sigras hako deshde ban dure da. I verbanda klaren, dit sigras hako deshde ban dure da. I baro ragpen. Gote zikram un penam me hoski chale jake tschilatsche sabmenti hi. I verbanda klaren, dit sigras hako deshde ban dure da. I baro ragpen. I verbanda klaren, dit sigras hako deshde ban dure da. I verbanda klaren, dit sigras hako deshde ban dure da. Die ist schön. Am März wurde hier schon Alltagsdiskriminierung. Die ist Film. nicht toll. Wir noch eine Erwachsenenschule. Wir hatten einen Lehrer, der war auch noch vom alten Schlag, Der war schon Anfang 70, der hat Erwachsenenbildung gemacht und wir sollten dann jeder ein Referat halten. Wir waren eine multikulturelle Klasse und jeder durfte von seinem Land ein Referat halten. So, weil jetzt die Zinti kein Land haben, habe ich dazu ihn gefragt, ob ich ein Referat über die Geschichte der Zinti und Roma machen darf. Er hat gesagt, ja. Dann habe ich das Referat abgehalten, habe es wirklich mit Texten, mit Infos wirklich komplett ausgestattet, so, dass man sagt, die Leute werden wirklich aufgeklärt und am Ende meines Referats hat er dann gemeint, das ist ja alles schön und gut, aber ich kann dir dafür keine gute Note geben, weil das Referat nicht wahrheitsgetreu ist. Er sagt, warum? Er sagt, weil die Integration der Zinti und Roma gescheitert ist, weil die sich nicht integrieren wollen. Und vor allem mit dem die Eberstädter Bundeskanzler werden können. Wie viele, die machen wir sagen? Also, wir werden sehen, weil wir uns vor allem in der Verkaufung hatten. Und ich habe die Verkaufung an dem Überstädter Bündnis gegen Antiziganismus geschehen können. Aber dieses Mal haben wir über die Bündnis. Alles ist etwas, was wir haben, geingekommen, haben wir zu erreichen, weil wir uns zur Nähe geschehen. Und das war aber auch so, dass wir uns in den letzten Jahren nachher kommen und uns in den letzten Jahren. Auf der dritten Zeit haben wir uns sehr viele von dem Förderverein Roma, Frankfurt und den Granden Riboudi. Bei den Ausstellungen, die Rom und Roma, haben wir im September an Gutensberg und im November an Darmstadt. Die Verbande haben wir uns in den letzten Jahren und wir haben uns in den nächsten Jahren immer wieder in Wiesbaden und während Corona kommen andere per Videokonferenz bei den Clistengritzigen in Mülheim. Wir haben uns in den letzten Jahren in den letzten Jahren noch das ganze Jahr und die Majestätin eben noch in Deutschland. Die Ausstellungen sind in den letzten Jahren sondern die Welt, die Rom und Roma vorlässig sind. Wir haben uns in den letzten Jahren die Autos seinenisen, die einigen Verhandlungen vor und wie die Zukunft der Welt machen. Das ist aber das Ganze dann. Jetzt kommt das Ganze zu unserer Truhe. Das war die Menge Schokolade und Latschers. Und wir haben uns auf die Homepage, www.sinti-roma-hessen.de oder auf Facebook, Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, oder Tschinenmenge. Marulab, Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, Annerstrasse Starr, die ist der Starr, in Schobstarr, durch auch der Band Stammstadt. Oder per Mail, verband.sinti-roma-hessen.de Der Mario Fatima